Seine Liebe gilt dem Rock'n'Roll. Seine Entdeckung verdankt er Michael Holm. Sein größter Hit meilenweit ist auch fünf Jahrzehnte später ein Meilenstein der Musikgeschichte. Seit fünf Jahren ist er nach langer Pause zurück und feiert erneut große Erfolge. Sein aktueller Titel, Mir gefällt's, schaffte es ins Jahresfinale der Super 20. Ihnen gefällt's. Uns gefällt außerdem, wenn noch mehr Neues folgt und natürlich, dass er jetzt bei uns zugeschaltet ist. Im Radio 700 Star Talk ist heute Martin Mann. Und wir schauen mal ein bisschen auf Ihr Leben und man kann sagen, die Musik war Ihnen quasi durch Ihre Familie auch schon in die Wiege gelegt worden. War Ihnen schon als Kind klar, ich möchte zur Musik? Ja, meine Eltern, die waren Bühnenkünstler, international, aber in einem anderen Metier. Also Ballroom-Dancing, Tap-Dancing und auch Musik auch. Aber ich wollte nie auf die Bühne oder im Showgeschäft. Da muss ich dann sagen, erst als der Rock'n'Roll aufkam, da hat es auch in mir gerockt und gezuckt. Da bin ich dann doch zur Musik gekommen. So ging das los. Wer waren da Ihre Vorbilder? Wer hat es Ihnen angetan? Elvis Presley. Das ist klar. Elvis, Roller Beethoven, also Chuck Berry, Jerry Lee Lewis. Das erste Lied, was ich öffentlich gesungen habe, in einem amerikanischen Club, in einer Teenager-Veranstaltung, wo es auch vor mir noch Elfisse gab und so. Und ich kam dann raus und habe gesungen von Jerry Lee Lewis, High School Confidential. Und ich habe mich zu Tode geängstigt mit der Gitarre. Aber die Leute dann doch sehr, hat ihnen gefallen, muss man so sagen. Ja, so fing es eigentlich an. Und ich wollte, wie gesagt, nie mit Musik was zu tun haben. Aber dann kamen dann die Gene doch irgendwie durch. War nicht gleich erfolgreich, erst Mitte 20. Gab es denn da nebenbei noch den gut bürgerlichen Beruf oder haben Sie sich gleich voll auf die Musik konzentriert? Es ist folgendes. Ich war auf dem Gymnasium, bin dann vom Gymnasium runter und aber gleich sofort hier in Wiesbaden aufs Musikkonservatorium. Und es änderte so, dass ich also 16 Semester Musik studiert habe. Ich war im selben Institut über vier Jahre Gitarrenlehrer und so und habe dann langsam, so kam ich auf die Bühne. Also ich habe keinen anderen Beruf gelernt, sondern immer nur die Musik gemacht. Und das dann intensiv. Und es gab dann ja auch schnell Erfolge. Wie war der Weg zum ersten großen Durchbruch? 1971 war das. Meilenweit war ja der wirklich erste große Hit. Es gab aber durchaus vorher auch schon welche, nur dieser überstrahlte alle anderen. Ja, ich hatte schon mit Cecilia, die deutsche Version von Samuel and Garfunkel, Cecilia, meinen ersten, wie kann man schon sagen, Hit. Und auch in der Hitparade, da sofort war ich auf dem zweiten Platz, richtig. Und ja, es war so ganz kurz, das war ganz interessant. Ich bin als Entertainer in Varietés aufgetreten, amerikanischen Clubs und so weiter. Und dann habe ich meine Bühnenerfahrung dadurch bekommen, auch meine Eltern ab und zu mal auch zusammen aufgetreten. Und eines Tages hatte ich ein Engagement auf Sylt für einen Monat in einem Nightclub dort in Westerland. Und da kamen dann ab und zu auch immer, ich trat also jeden Abend auf, wenn ich eine kleine Bänd hinter mir und so habe, wirklich Erfolg gehabt. Also ich habe auf der Bühne eigentlich, ich bin der geborene Bühnenmensch von Anfang an gewesen. Und dann kamen immer so ein Gast da und dann kam eigentlich, ja, irgendwann Howard Carpendale kam da. Und da sehe ich an der Theke sitzen vorher drei Jungs und einer von denen war Michael Holm. Und der andere war dann, wie ich später erfuhr, dieser Viering-Radioexperte und der andere war Produktionsleiter der Zellig. Ich hieß damals, es gab Telefonentdecker, ne? Und ich, wie ich so bin, bin direkt zu denen hingegangen und habe mir gesagt, ich hieß damals noch Mario, Mr. Dynamite. Hingegangen und habe mich vorgestellt und ob sie auch da bleiben können, mal meine Show ansehen. Also besonders hat Michael Holm. Ja, natürlich, natürlich, ganz freundlich und nett. Und in derselben Nacht haben wir auf eine Serviette Michael Holm und ich einen Fünfjahresvertrag gemacht. Ja, also sagt er, das habe ich schon lange gesucht, sowas, aber begeistert. Und ja, so ging das los, ne? Und dann musste natürlich, und kann natürlich nicht gleich sagen, jetzt machen wir einen Superhit. Da muss ja Material gefunden werden, geschrieben werden und so weiter. Und dann habe ich einen Song gehabt, der lief nicht gleich richtig. Der hieß Rosi, Rosi und dann sofort Cecilia. Ja, und das hat es gleich reingehauen. Jetzt nicht so ein Superhit, aber es war ein Hit. Die Welt der Stars und Sternchen. Das ist Ollis Welt bei Radio 700. Martin Mann und Cecilia hier bei Radio 700 in Ollis Welt. Und er ist bei mir in dieser Stunde am Telefon. Und wir sprechen ein bisschen über die guten alten Zeiten. Und wenn man so ein wenig durch ihre frühen Hits stöbert, merkt man, dass es auch damals viele Coversongs von ihnen gegeben hat. Aber das aus verschiedensten Genres. Viele Künstler sagen ja dann eher, ich gehe da nur einen Weg. Bei ihnen war das nicht der Fall. Warum war das bei ihnen anders? Wissen Sie, heute ist eine ganz andere Zeit. Heute ist man super drauf, wenn man selber schreibt, selber komponiert. Das weiß ich auch noch, Texte vielleicht. Und dann diesen Song rausbringt. Damals lief das anders. Da hat kaum einer selbst geschrieben. Und es sei denn, es kamen dann Leute, wie so ging es ja eigentlich los mit der deutschen Rockszene. Wie Westenhagen und Wolf Mahn zum Beispiel. Und dann später Lindenberg. Das war eine andere Zeit damals. Das war die reine Schlagerzeit. Und da haben sie einen Produzenten gehabt. Und der hat die Lieder gesucht. Und dann muss es ihnen gefallen oder auch nicht. Egal. Wenn der sagt, das müssen wir machen, haben wir das gemacht. Und so entstanden auch die vielen Songs. Ich habe da also mir kaum selber einen ausgesucht. So kam das halt. Und dann Michael kam dann eines Tages mit dem Ralf Siegel. Junior hieß er noch damals an. Und da sagt er, hör den Mann, der hat was Tolles für dich geschrieben. Und da machte der Ralf, da spielt sehr gut der Klavier. Am Klavier das vor. Und da kam dem Holm die geniale Idee mit dem Wort Meilenweiz. Das war damals in mit dem, gehe ich für eine Camel zum Beispiel. Aber damit haben wir nichts zu tun gehabt. Ja. Und das hat mir gut gefallen. Und das war ganz toll. Wir haben damals noch auf acht Spur aufgenommen worden. Das ist unglaublich. Und, tja, dann hatte ich die Idee, mir Hotpants anzusehen. Und gesagt, bei einem Interview im Radio bei Heck, wieder so was Heck. Wenn ich mich platziere, ziehe ich das nächste Mal Hotpants an. Und ich habe mich platziert. Und habe dann Hotpants angezogen und sofort auf eins. Und dann ging es um das. Und dann entwickelte sich dieser Song wirklich zu einem Superhit. Meilenweit mit diesem Song bringt man Sie ja heute noch in Verbindung. Auch 50 Jahre später. Freut Sie das immer noch, wenn Sie von Fans auf diesen Song angesprochen werden? Oder sagen Sie, nee, darauf habe ich keine Lust. Ich habe ja auch noch andere Sachen gemacht. Es ist so. Ich habe ja vor vier Jahren wieder angefangen. Ja. Mit meinem ersten Mal, meine Idee mit Meilenweit nach Mendocino. Das hieß also von Meilenweit Martin Mann bis Mendocino Michael Holm. Und ich finde, das ist ein tolles Lied. Ich habe da sofort auch ein Award bekommen für die beste Neuerscheinung des Jahres. Und das beste Comeback und so weiter. Und so ging es wieder los vor vier Jahren. Und damals war ich natürlich auf dem Trip, dass ich auf keinen Fall mehr, dann brauche ich nicht nochmal Leute zu singen. Ich war Jahrzehnte auf der Bühne mit tausenden Veranstaltungen und war in der halben Welt. Jetzt ohne Angabe. Und ich will jetzt einen neuen Start machen. Und da hat ja schon der Michael gesagt, Holm, das wird sehr schwer werden. Also neue eigene Soundssachen zu verkaufen. Auch weil du schon älter bist. So alt bist in Gänsefüßchen. Und das hatte mir gerade in einem Gespräch gestern am Telefonat, er ruft mich ja öfters an, den er eng befreundet, gesagt, nein, das ist Quatsch, es sind heute so viele Alte, gibt es, das hat damit nichts zu tun. Und ja, und so ging das los und ich wollte ganz weg von Meilenweit sehen. Sie haben völlig recht. Und habe dann sogar abgelehnt eine Fernsehsendung, ich will jetzt den Namen nicht nennen, wo die wollten nur Meilenweit haben. Und zwar habe ich dann auch eine tolle Version, eine gehabt, und die habe ich ja noch, wo ich selbst noch ein bisschen nachgespielt habe, Gitarre oder so, ein bisschen den Rhythmus, das Sounds, eine tolle Version. Und da haben die mich mit auftreten gesehen beim Miss Margo Award und gesagt, das wollen wir haben. Und ich lehne das ab. Ich habe gesagt, über meinen Manager damals, nein, nein, ich bin nicht da. Ich habe nicht gesagt, ich mache das nicht, sondern ich habe einfach gesagt, ich bin in Amerika, produzieren in L.A. und was weiß ich was. Und da waren wir sehr enttäuscht. Aber ich wollte einfach die neue Karriere nicht jetzt wieder auf dem Meilenberg wieder rumreiten. und haben viele gesagt, es ist ein Fehler, um Gottes Willen, es war ein Fehler. Nein, es war kein Fehler. Selbst mein Mitwriter, Dr. Bernd Meinheu, sagt das richtig. Wir produzieren uns auf Deutsch gesagt, wenn alle Wirtesten ab. Und dann kommst du ins Fernsehen und dann siehst du wieder Meilenberg. Ja, die Leute sagten, man muss mich wieder sehen. Und ich war ja sehntelang weg. Und ja, ich habe die Meinung so gehabt. Und jetzt ganz schnell, da habe ich wieder einen Auftritt gehabt. Und da war mein Produzent dabei. Und da stand neben ihm eine Dame. Und diese Dame fragte ihn, so wortwörtlich, wer ist denn der geile Typ auf der Bühne? Und so sagte ich, Martin Mann, nein, sagt sie. Und dann, jetzt hat es, jetzt im Fernsehgarten war das, ZDS, habe ich es doch genannt, die Sendung, war das. Und sagt er zu mir, wenn du das jetzt wieder ablehnst, dann bist du aus dem ZDS für alle Zeiten draußen. Sag ich, nein, nein, weil jetzt ist eine neue Situation. Ich werde wieder gut gespielt im Radio. Martin Mann, den Namen, den kennt man wieder. Und da hat er sehr gute Rundfunk-Einsätze, auch wenn ich den vorigen Songs gehabt. Und, nein, das ist eine andere Sache. Ich habe es angenommen jetzt und wir haben auch so etwas gemacht im Fernsehgarten meilenweit. Wollten sie nur haben, weil es war eine Oldie-Sendung mit den sogenannten Legenden. Und da ging nichts anderes. Und das habe ich gemacht. Es war sehr schön und hat Spaß gemacht und so weiter. Aber es hat mich nicht davon abgebracht, weiterzumachen. Und genau einen Tag später haben wir mir gefällt es veröffentlicht. Und was war vor fünf Jahren für Sie die Initialzündung zu sagen, ich kehre wieder auf die Bühne zurück? Viele Menschen freut das ja, wenn Künstler wie Sie zum Beispiel wieder zurückkommen. Denn die sagen auch, endlich kehrt mal mehr Niveau und mehr Qualität auf die Bühne zurück. Hatten Sie Angst, dass es hätte auch scheitern können? Ja, es hätte eigentlich gar nicht scheitern können. Entweder habe ich Erfolg oder keinen. Dann ist ja noch nichts gescheitert. Gescheitert wäre ja nur ein Projekt, was ich wirklich neu aufgebaut habe und investiert habe, Geld und so weiter, vieles. Und dann scheitert das. Aber hier in dem Fall hatte ich einfach, ich kann es ja kurz erzählen, ich habe immer so lange Geschichten, das ist furchtbar. Alles gut. Wir waren, meine Frau und ich waren hier eingeladen bei einem netten Kollegen, den wir hier in Berlin kennen und zu seinem, weiß nicht, 65. Geburtstag oder sowas. Und da flüstert er mir ins Ohr, Michael Holm kommt übrigens auch. Sag ich, nein, Wahnsinn, das lange nicht gesehen. Naja, und Michael Holm, der kam mit einer netten jungen Dame, ein bisschen jünger Dame und guckte so und sitzt da auf einem anderen Tisch, hat mich gar nicht erkannt irgendwie. Und dann habe ich, dann hat er zudem gesagt, das Geburtstag hat zu ihm gesagt, da sitzt der Martin Mann. Martin Mann springt auf, wo, wo? Und wir rennen uns beide entgegen, umarmen uns und haben uns also tierisch gefreut. Ich muss zu seiner Entschuldigung sagen, ich hatte ihm das nicht gesagt, ich sehe ja jetzt ein bisschen anders als Folie aus, ich habe einen Hut auf oder eine Müsse oder und habe immer eine leichte helle Sonne drauf. Was ich jetzt bei der Fernseher noch nicht merke, ich habe die Brille abgenommen. Alle sagten, bitte nicht die Brille ab, die Leute wollen dich erkennen, naja, alles klar. Ja, und so stand, und dann komme ich nach Hause, sag ich so zu ihr, ach, wenn ich das für eine Michael getroffen habe, wir haben unsere Bühne zu Füßen zusammen gemacht, Tourneen und ich möchte, ach, wäre toll, mit ihm was zu machen, ne? Und dann sagt sie spontan raus, dann mach doch meilenweit nach Mendocino. Sag ich, was hast du eben gesagt? Sag das nochmal. Ich war begeistert von der Zeile, von der Idee. Und die Idee war halt die, dass der Michael und ich zusammen dieses Lied singen. Das ist ja der Gag gewesen in irgendeiner Fernsehsendung. Und ich rufe den Michael an, der fand die Idee auch toll, nur seine Plattensommer fand das nicht toll und die Managerin damals ja auch nicht. Weil er hatte gerade ein Album gemacht, fertig und neu erschienen, und das wollten die nicht stören und sag, sie kennen doch das. Nee, das ist, sagt er aber, wer hindert denn einen Martin Mann, das allein zu singen? Und da kam ich erst auf die Idee. Das ist ja die Idee, weil sie sagten mir, auch im Foyer schon, beim Marie-Roos-Konzert, wo wir waren, sagten die Kollegen und auch, Andi, wie heißt das nochmal, Andi Zichler, Entschuldigung, und das Margot-Chef sagte, sag mal, warum machst du eigentlich nichts mehr? Ja, sag ich, komm hier, lass mich mal sein. Hört mal in der Ruhe. Und das hat mir dann doch gejuckt, ne? Und so entstanden das. Und da habe ich das komponiert und Michael Holm wollte es texten, hat aber dann nicht die zündenden Ideen gehabt. Und dann mein lieber alter Freund, alter in Gänsefüßchen, Dr. Bernd Meinunger, und der rief mich aus Amerika an, weil ich hatte ihm gemailt und sagte, was gibt's, ich mach's sofort. Weil der mochte mich immer gern und der mochte halt ein bisschen Sachen, die nicht nur Schlager sind. Und, ähm, ja, hat einen tollen Text gemacht, super Text. Und dann haben wir das produziert, Michael Holm war dabei als ein bisschen Coach für den Gesang. Und, ähm, ja, so ging's wieder los. Und dann wollte ich natürlich nur auf meine neuen Sache, äh, die Schiene reiten. Als nächstes kam dann alles zurück auf Anfang, ein super Rundfunkerfolg. Und man dachte ja irgendwie jetzt ins Fernsehen und so weiter. Aber Holm hat mir schon gesagt, du wirst es sehr schwer haben, heutzutage Fernsehen zu kriegen. Es ist eine ganz andere Welt geworden. Man hat mir das ein bisschen erklärt. Und es gibt nicht mal mehr Singles zu kaufen, ja. Nur noch Alben. Und, ähm, naja, und bis ich da so vom Denken her reinkam, hat's ein paar Tage gedauert. Und, äh, wie gesagt, und jetzt dann, äh, nachdem ich zwei, drei Jahre dabei war wieder. Und dann kam dieses Angebot. Und das war eine andere, neue Situation. Wissen Sie, da kannte man, ähm, da wo man mich kennen konnte, überhaupt nur im Rundfunk im Augenblick. Und da kannte man mich wieder, den Namen Martin Mann, ja. Ich hab also wirklich super Hitparaden, hab Schlüsse gehabt, äh, Radio-Hitparaden, äh, Platzierungen gehabt. Und auch viele, auch die Privaten, viele, viele. Also, wir hatten hunderte von, äh, Spieleinsätzen. Und da hab ich mich sehr gefreut. Da hab ich mir gedacht, ja, jetzt kann ich mir erlauben, auch wieder mal ein Oldies zu singen. Deswegen hab ich auch mal wieder gesungen. Und man kann also sagen, dass Michael Holm gleich ein doppelter Wegbereiter war. Er hat sie entdeckt und den Vertrag auf einer Serviette festgemacht. Und sie jetzt wieder in Sekunden davon überzeugt, wieder auf die Bühne zu gehen. Sie verbindet sowieso sehr viel miteinander. Sie waren immer mal wieder auf der Bühne zusammen. Jetzt leider mit Meilenweit in Mendocino nicht. Aber sie haben immer mal wieder voneinander profitiert. Denn sie waren auch ab und an für ihn tätig. Ja, 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 ja. Ich habe, äh, er hat ja eine wunderschöne Single gemacht vor, vor ein paar Jahren. Die hieß mal die Welt, zum Beispiel. Die hab ich geschrieben. Die Musik, ja, den Text geschrieben. Oh, no, auch noch andere Sachen auch noch. Ja, man könnte es so sagen. Richtig. Man könnte es so sagen. Aber, ja, es ist indirekt schon richtig. Weil er sagte, er kann das mit dem Duo nicht machen. Ich hatte mir das so schön vorgestellt im Fernsehen. Was weiß ich, bei Silbereisen. Und jetzt die beiden Oldies. Ja, und er hat ihn entdeckt. Und bla, bla, bla. Und ich räume ja mit Meilen weit ab, da ich rumlaufe und die Leute anmache und so weiter. Und, ähm, aber das hat halt nicht funktioniert. Er wollte das nicht, ne? Und, ähm, ja, so kann man das schon sagen. Dann, er kam dann auf die Idee und sagte, ja, warum sollst du das nicht alleine machen? Ne, und da hat er auch dann mich, äh, äh, auch, ich hab ihm ein paar Versionen dann vorgespielt. Ideen, die ich hatte und seine Sachen nicht gefallen. Fünf, sechs, sieben, acht Sachen. Und dann plötzlich kam mir die zündende Line-Idee, ne? Von der Melodie her. Und da konnte man schon sagen, dann, ja, das ist richtig. Aber dann, ähm, also jetzt besonders ab der dritten, haben sie mal vierten, ab dem vierten Lied, das mit uns. Ja, hab ich einen neuen Produzenten, einen Mann, den ich sehr, sehr liebe, den Oliver Thomas, selber Sänger, der ja auch die tollsten Videos macht für andere, für mich. Und so haben wir uns über das Video kennengelernt eigentlich. Zurück, alles, alles zurück auf Anfang. Und der war ganz auf meiner Linie, ist ein Rock'n'Roller. Und natürlich halt so als ich. Und das war dann, wir haben uns sehr, sehr gut ergänzt. Und, äh, wir lieben uns wie Bulde, also. Und es macht richtig viel Spaß mit Eben und Freude. So, die ganz neue Art zu produzieren, hab ich dann kennengelernt. Ich war, äh, gewohnt, äh, Riesen-Studios, 24 Spur und noch mehr. Und, ähm, heutzutage macht man das ganz anders, digital, ne? Ja. Machen sie, machen sie einen Laptop auf und können singen. Auf Deutsch gesagt, mit einem guten Mikrofon, ne? Und, äh, naja. Wie gesagt, und jetzt, sagst du, jetzt können die Leute, das ist richtig. Wenn die Leute mich jetzt mit Beinwald sehen, da bin ich stolz drauf. Und er sagte mir immer, Mensch, das ist nicht beneidisch, sagt er. Andere haben doch nicht so einen, du hast doch einen Super-Hit, bau doch darauf auf. Sag ich, ja, aber, naja, also ich hab das Spiel jetzt mitgespielt und spiel das weiter. Und das ist auch gut so. Und Sie sind ja mit Ihrem Song, mir gefällt's, richtig gut eingestiegen. Im Allgemeinen in die Hitparaden, auch bei uns in der Super 20. Und wie kam es denn eigentlich zu diesem Titel? Ja, es ist halt so, dass man sich oft ergänzt, was den Komponisten und Text betrifft. Text, das klingt so abfällig, sag mal Autor. Und früher war das halt so, wie bei meinen Seiten, dass die Autoren halt mit dem Titel kamen, mit Musik und Text. Und heute hab ich auch selber Ideen, weil ich ja Lebenserfahrungen habe, ist ja logisch. Und so wie Wehrlos, ja, das lief auch fantastisch. Also von mir im Funk und bis auf 19 in den Charts und so weiter. Und auf diese Zeile kam ich auch selber. Und jetzt mit mir gefällt's, man sagt zu oft, mir gefällt's, du. Aber sowas von, ja, sagt man doch. Ja, absolut. Und dann sag ich, das ist ja tolle Zeile, mir gefällt's. Das lassen wir doch einen Song machen. Da haben wir, ja, waren alle gut. Dann haben wir alle. Und ja, so kam das. Und dann kam ich auf die Melodie und mit dem Gag in der Mitte. Und so wurde es dann wieder. Und Sie haben den Zeitgeist mit mir gefällt's wieder getroffen? Und damit vielleicht auch jungen Künstlern gezeigt, dass Erfahrung doch kein schlechter Ratgeber in diesem Geschäft ist. Eins muss ich mal ganz deutlich sagen. Es ist sowas von schwer geworden heutzutage, irgendwo reinzukommen und weiterzukommen. Und ich habe das große Glück gehabt, wie gesagt, den Hits gehabt zu haben. Früher auch Strohgloben. Und allein das waren einige Rundfunkredakteure, die auch schon ein bisschen betagter sind, die haben den Namen noch gekannt. Und nicht nur die, komischerweise. Mich haben auch junge Leute angesprochen. Und dadurch habe ich halt die Aufmerksamkeit gehabt, dass sie überhaupt reingehört haben in das Lied. Ja, man bekommt wirklich sehr, sehr viel zugeschickt. Und mal sehen, was der Typ noch macht, ja. So auf diese Art. Und dann haben sie auch gesagt, in einem Interview, auch zum Beispiel, nicht vergessen, Radio FFH, vier öffentlich-rechtliche, also wie er gesagt hat bei allen Zeugen auf Anfang, Mensch, der bringt ja noch mit seinen 70 Jahren hier einiges auf die Bühne. Ja, ich verrate euch, ich rede auch jetzt über mein Alter. Das ist kein Geheimnis, ja. Und das braucht es auch überhaupt nicht zu sein. Wie geht es jetzt bei Ihnen weiter? Wir versuchen ja auch, jetzt das neue Lied auch noch weiter zu pushen und ins Fernsehen zu kriegen. Aber jetzt ist ja schon November, es kommt Weihnachten und dann nächstes Jahr. Und es sieht so aus wie die Zukunft. Wissen Sie, die Zeit ist einfach nicht mehr, es sei denn, die haben sie ihn durch. Ja, wie, was weiß ich was, Kerstin Ott oder andere Namen zu nennen, ist ganz egal. Wenn Sie im Eimer durch sind, dann läuft es. Aber mir hat ein Radioredakteur und Moderator, hat uns mal gezeigt im Sender, ja, vor der Sendung. Und er hat gesagt, das habe ich ja noch gar nicht, das habe ich noch gar nicht. Und er sagte, sagten wir, das haben wir doch dir geschickt. Und dann fing der an zu scrollen, zu scrollen, zu scrollen auf seinem Schirm. Und dann, ach, da ist es ja, so geht es heute. Das ist unglaublich. Und es gibt unter uns die Auswahlverfahren, wie sie heute gespült werden, die sind katastrophal geworden teilweise. Und wie gesagt, dann kam nach zwei Jahren die Pandemie. Ich hatte mir das schön aufgebaut, den Plan. Und es ging los und wehrlos, toll, zischte ab. Und dann kam das tolle Lied, das mit uns, mein Lieblingslied aller Zeiten, die Barockballade. Und da hatte ich ja fast 1.000 Einsätze, was weiß ich, wie viele. Das war für mich einmal eine Sensation. Und auch Michael Holm gesagt, das kann nicht wahr sein, toll. Und dann kam die Pandemie und der ganze Aufbauplan ging in den Bach. Aber nicht nur für mich, ich klage nicht, das kann noch für Millionen andere Menschen so. So, naja, und jetzt wird halt sehr viel Homeoffice gemacht, Burck. Und ja, da wird halt, ich weiß es nicht, es ist einfach viel schwerer geworden. Wenn wir doch gerade das Homeoffice zum Thema haben, gibt es Orte, an denen Ihnen die besten Ideen für Songs kommen, die Sie besonders inspirieren? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt so viele, die sagen, dann draußen in der Natur werde ich inspiriert. Und da und dort muss ich sie haben, See und die Berge. Ich sitze hier im Wohnzimmer, wo ich auch meine Musik habe. Und nehme die Gitarre, meine Akustikgitarre, die ich über alles liebe. Und klümpere rum, was heißt klümpere, ich spiele. Und komme mir so, und dann bin ich angemacht durch gewisse Akkorde, die ich spiele oder greife und so. Und plötzlich, oh, das ist, dann kommt mir das. Und ich kann, ich schreibe komischerweise all die letzten sieben, acht Lieder immer, ich komponiere italienisch. Okay. Weil diese Sprache ist von jeher, das haben wir schon im klassischen Musikstudium gelernt, die absolute Sangesprache, wegen A, E, I, O, U, der Vokale und auch der, siehe, der berühmtesten Sänger und Opern, die geschrieben wurden. Die ist halt die Sprache für Gesang. Und das, ich improvisiere dann immer so für mich irgendeinen Kauderwelsch, aber das klingt oft gut. Das klingt auch meinen Produzenten sehr gut. Und dann plötzlich habe ich eine Idee und so, ah ja. Und habe auch dann keine Zeit, aber manchmal, und dann gehe ruhig mal den Bernd an und schicke ihm das auf meiner Gitarre angesungen. Und dann hat er, schickt er mir Ideen, Teilenideen oder auch ganze Sassideen und so weiter. Und so klimpen wir uns zusammen. Wunderbar. Sie sind, wie wir auch gehört haben, ein glücklicher Mensch und lassen alles ein wenig auf sich zukommen. Und wenn es dann gut wird, ist das dann für Sie, wie man so schön sagt, nice to have. Was wünschen Sie sich dann noch für die Zukunft? Ja, es ist so, Sie haben das sehr gut getroffen. Erstmal bin ich aus privaten Gründen sehr glücklich, weil ich habe eine fantastische Ergebnisse vom General Check, also Generaluntersuchung von meiner Gesundheit. Und wenn ich, ich muss lachen, Entschuldigung, der hat mich umarmt, der Arzt gesagt, wie ein junger Gott. Unglaublich. Und die Werte, also das ist ja nicht zu fassen. Also ich habe mich gut gehalten. Durch die vielen Bühnenauffritte tausend. Wir haben nie früher, ich habe auch mit Michael gestern gesprochen aus Spaß, wir haben uns nie früher ins Fitnessstudio begeben und gedehnt und gemacht und gezogen und gezerrt. Wir haben, was, schau, auf die Bühne, Gitarre raus und bau, 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 ging es los. Und gut, wenn man älter ist, muss man sich immer schon wieder vorher was tun und Fitness. Und ich habe hier auch meine eigene kleine Sauna und ein paar Geräte und Fahrradchen und gehe viel spazieren. Und toi, 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 bin gut drauf, mir geht es gut. Und deswegen bin ich fröhlich und happy. Wenn jetzt noch auch noch beruflicher Erfolg dazu kommt, ja, und so nette Menschen wie Sie sich melden und mir ein tolles Interview machen und mich stundenlang labern lassen, dann strahle ich natürlich, ja. So soll es auch sein. So, unsere Sendezeit rennt ein bisschen davon. Wenn Sie jetzt noch Lust haben, können Sie ein paar Worte an unsere Hörer und Ihre Fans richten. Ja, hallo, hier ist Martin Mann. Ich begrüße und bedanke mich gleichzeitig bei allen Hörerinnen und Hörern von Radio 700 in Belgien, was ja auch sehr nach Deutschland ausstrahlt und viel von Deutschen gehört wird. Und alle Belgisten höre auch natürlich, das ist ja logisch. und wünsche Ihnen, dass mit Ihrem Radio 700 zusammen, dass das noch ganz groß, noch größer anwächst, natürlich mit Ihrer Hilfe. Und würde mich freuen, wenn Sie auch ab und zu nicht mal hören wollen, ja. Ich bedanke mich bei Ihnen, Ihr Martin Mann. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Zeit und wir von Radio 700 wünschen Ihnen nicht nur ganz viel Gesundheit, sondern auch richtig viel Erfolg mit all Ihren Songs und Auftritten in Zukunft. Dankeschön, Martin Mann. Tschüss.